So, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt alle mal zum Höhepunkt des Abends. Präsentiert habe ich für Abend übrigens der Akku in Zusammenarbeit mit dem Radio Uelzen. Mein Name ist immer noch der Tommy. Die nächste Band kommt aus Hamburg. Ihre Einflüsse liegen im Pop, im Folk. Und ich würde sagen, das ist eine reine Punk-Hardcore-Band. Wir sind aus Hamburg bei von Strange hier im Bogenteich. X hier, Pop Alive! Die nächste Band kommt aus Hamburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich brauche das Ende für euch. Okay. Und das geht. Und das geht so. Und das geht. 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 Und das. Und das. Und das geht. Okay. Und das geht. Und das geht. Und das geht. Und das. Und das geht. Und das. 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 Das. Und 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 das. Das. Und das. Das. Und das. Das. Und 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 das. 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 Das.